Nochmal ein Update zu Juicy Fields. Ich hatte gestern ja schon ein Video dazu gemacht, hier, das ist auch gut angekommen, da gab es viele Aufrufe. Und ich wollte heute einfach nochmal ein Update dazu machen, weil es so ein paar neue Informationen gibt. Aber vielleicht erst mal ganz kurz, das Video, wie gesagt, ist gut angekommen, viele Aufrufe, viele Kommentare waren aber einfach meiner Meinung nach nicht okay. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig unterstützen, wir sollten vernünftig miteinander umgehen, uns nicht beschimpfen, nicht dem anderen sagen, er ist ein Idiot und er hat keine Ahnung, egal welche Meinung wir haben, ob wir jetzt glauben, Juicy Fields ist super oder es ist der totale Scam oder irgendwas dazwischen. Lasst uns vernünftig miteinander umgehen und uns gegenseitig unterstützen. Ja, das wollte ich vielleicht erst mal dazu sagen. Dann Updates. Es gab gestern eine E-Mail, die kam vom Juicy Fields Account, ist allerdings unterschrieben als Mitglieder des Juicy Fields Teams. Also es ist nicht ganz klar, um wen es sich da handelt, wer letztendlich diese E-Mail geschrieben hat. Das zeigt natürlich, dass es intern in der Kommunikation von Juicy Fields richtig Probleme gibt. Nicht nur in der Kommunikation. Die ganze Organisation scheint echt problematisch zu sein im Augenblick. Ja, und heftig ist natürlich das interne Memo hier. Der CEO Willem ist zurückgetreten. Wie weit der Willem in diese ganze, sagen wir mal, Affäre involviert ist, ist schwer zu sagen. Er hat ja gerade auch erst kürzlich angefangen als neuer CEO. Vielleicht hat der alte CEO schon gewusst, dass da irgendwas im Busch ist und ist relativ schnell ausgestiegen. Weiß ich nicht. Macht auch keinen Sinn, das, glaube ich, zu spekulieren. Jedenfalls, der CEO ist weg. Hier wird beschrieben, dass bestimmte Gelder nicht überwiesen wurden. Die ganze interne Infrastruktur nicht mehr vorhanden oder gestört ist. Es gibt offensichtlich keine Kommunikation, eine schlechte Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen. Bestimmte technische Aspekte wurden kompromittiert. Das mit der Telegram-Gruppe hatte ich euch ja gestern schon erzählt. Das heißt, es gab dann da eine Update-Telegram-Gruppe. Die ist jetzt übrigens auch freigeschaltet zum Schreiben und da ist wirklich die Hölle los. Ich weiß nicht, ob ich empfehlen würde, sich daran zu beteiligen, weil da geht es hauptsächlich um Beschimpfungen. Und wer wen verklagen will, richtig hilfreich finde ich das nicht. Ja, dann beschreibt hier der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, dass sie selber an diese Bewegung geglaubt haben, selber investiert haben und teilweise auch offensichtlich selber längere Zeit nicht oder seit Juni nicht mehr bezahlt wurden hier. Nochmal, da gibt es offensichtlich richtig Schwierigkeiten. Was vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, es scheint noch Geld zu geben. Zum Beispiel sind eben diese 2 Millionen in der Bilanz und dann werden hier von der Juicy Fields AG und dann 5 Millionen in der Bilanz der Juicy Holdings BV, das ist die niederländische Niederlassung, angegeben. Ja, wie viel Geld da jetzt wirklich noch da ist oder wie viel von wem auch immer mitgenommen wurde, kann man an der Stelle jetzt, glaube ich, nicht sagen. Es gibt hier dann nochmal den Appell an die Eigentümer des Unternehmens, noch etwas zu tun, Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl uns als Nutzern als auch gegenüber den Mitarbeitern noch was zu machen. Also es gibt hier schon noch die Hoffnung, dass die operative Tätigkeit wieder hergestellt ist und dass da noch was geht. Wie sehr das der Fall ist, finde ich unglaublich schwer zu beurteilen im Augenblick. Da müssen wir einfach mal abwarten, was da passiert ist. Also Fakt ist im Augenblick, der CEO ist zurückgetreten, bestimmte technische Aspekte sind kompromittiert. Man kann sich auf der Homepage im Augenblick nicht einloggen. Ja, dann sollte Juicy Fields auch bei der Mary Jane, dieser Cannabis-Messe in Berlin eigentlich, teilnehmen. Die sind da auch gelistet, haben die Teilnahme aber abgesagt. Das ist natürlich auch kein gutes Zeichen. Wir müssen, glaube ich, jetzt mal, wie gesagt, abwarten, was in den nächsten zwei, drei Tagen in der nächsten Woche passiert. Ich würde selber jetzt noch keine rechtlichen Schritte einleiten. Ich würde jetzt nicht meinen Anwalt kontaktieren oder so. Meine persönliche Situation ist aber vielleicht auch anders als von vielen anderen. Also ich habe bei Juicy Fields schon vor mehr als einem Jahr angefangen zu investieren. Ich bin sehr, sehr gut im Plus. Ich habe halt relativ schnell Gewinne rausgenommen und nur bestimmte Anteile reinvestiert. Und insofern, alles, was da jetzt gerade bei mir läuft, ist nice to have. Ich habe keine Verluste gemacht. Ich weiß, dass es bei anderen anders ist. Ich weiß, dass Leute sogar mit dem Kredit da reingegangen sind. Und für die tut mir das einfach super, super leid. Das ist dann einfach richtig Mist. Wenn jemand sich darüber unterhalten möchte oder sonst irgendwie meine Einschätzung möchte oder sich einfach nur austauschen möchte, schreibt mir gerne auf Telegram. Meine Kontakte sind hier in der Infobox. Ich versuche natürlich zu helfen, wie ich kann. Ich bin weder Finanzberater noch Rechtsberater. Aber trotzdem kann man sich natürlich jederzeit austauschen und ich gebe gerne mein Feedback. Was man vielleicht machen kann, kommt halt darauf an, ob man das Kapital noch hat, ist nach Alternativen zu schauen. Also ich habe auf meinem Kanal hier zwei Alternativen, die ich bespreche. Das eine ist Plans, das andere ist MyFirstPlant. Das eine ist ein Schweizer, das andere ein österreichischer Unternehmen. Beide meiner Meinung nach seriös. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, mit Cannabis und E-Growing, da habe ich jetzt erstmal keinen Bock mehr drauf. Das ist so schlecht gelaufen, da will ich nichts mit zu tun haben. Bei Plans habe ich auch die Aktion, dass ich von dem Referral-Bonus, den ich bekomme, ein bisschen was zurückgebe. Für 10 Prozent, sodass man da ein bisschen Cashback hat. Ich würde das bei MyFirstPlant übrigens auch machen. Also wenn das jemand jetzt hier macht, dann schreibt mir einfach auf Telegram und dann gibt es auch da ein Cashback. Also wenn das irgendwie ein bisschen hilft, würde mich das sehr freuen. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv mehr zu. Was ich ganz wichtig finde, ist, wenn ihr bei Trustpilot mal schaut, gibt es natürlich jetzt einen, für Juicyfields, gibt es natürlich jetzt so ein gemischtes Ranking. Es gab die ganzen früheren Reviews, die super waren und die ganzen schlechten, wie diesen hier, die jetzt richtig, ja, eben schlecht sind. Und darum kommen wir auf einen gemischten Score von 3,3, der vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wichtig ist, wenn ihr euch die schlechten Reviews anschaut, hier gibt es immer mal wieder Reviews wie diesen hier. Naja, ist alles scheiße und so, aber dann habe ich meine Screenshots an diese E-Mail-Adresse hier geschickt und sein forensisches Team und die haben mir geholfen. Und da gibt es ganz viele. Können wir mal kurz scrollen, ob wir da noch andere finden, die das Gleiche sagen. Wahrscheinlich mit anderen E-Mail-Adressen. Das ist richtig, das ist dann wirklich Scam. Also die Leute versuchen euch abzuziehen. Ja, hier ist nochmal ein positiver Review. Seid da super vorsichtig, dass ihr da nicht jetzt irgendwelche Informationen an irgendwelche obskuren E-Mail-Adressen schickt. Die versuchen auch Informationen von euch zu bekommen, vielleicht sogar eine Bezahlung. Die wollen hier auf jeden Fall euch abziehen. Also macht das nicht. Wenn ihr rechtliche Schritte irgendwann einleiten wollt, sprecht mit eurem Anwalt, geht zur Polizei. Ich, wie gesagt, ich würde nochmal eine Woche warten. Aber traut nicht irgendwelchen obskuren Empfehlungen. Ja, und zum Schluss möchte ich vielleicht noch eine Sache ansprechen, ob wir vielleicht sogar teilweise selber schuld sind. Also, wenn man mal Juicy Fields hier eingibt, gibt es halt auf YouTube, gibt es halt wirklich zig Videos, die sagen, na Scam, das war's, alles scheiße, alles Mist, wir wurden betrogen. Und es gibt eigentlich keine differenzierten Stimmen. Wenn jetzt ein Unternehmen da ist, was Schwierigkeiten hat und es dann auch noch so von der Community runtergemacht wird, hat das Unternehmen eigentlich ja keine Chance mehr. Und dass ein Unternehmen mal Schwierigkeiten hat, ist ja vielleicht auch nichts Ungewöhnliches. Ich meine, das ist ein Startup, die haben, glaube ich, 80 Mitarbeiter, gibt es seit, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren. Dass die mal Schwierigkeiten haben, dass mal der CEO ausgetauscht wird, ist nicht so überraschend und nicht so ungewöhnlich. Ich befürchte so ein bisschen, dass wir vielleicht mit unserer negativen Haltung auch so eine Abwärtsspirale eingetreten haben. Das ist in der Krypto-Community natürlich super oft der Fall. Klar, auch weil wir viele schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Aber das tut uns auch nicht gut. Also, es wäre vielleicht oft klüger, wenn wir ein bisschen besonnener wären, wenn wir nicht direkt Scam schreien würden, sondern die Sachen abwarten würden. Wir ändern ja sowieso auch nichts dran. Wenn wir uns jetzt alle aufregen und Scam schreien, machen wir die Situation eher schlimmer als besser. Man sollte natürlich in so einer Situation nicht mehr nachinvestieren, aber trotzdem besonnen bleiben. Man startet halt so eine Abwärtsspirale und da sollten wir vorsichtig sein. Und nochmal abschließend, ich bin auch immer noch nicht überzeugt, dass Juicyfields ein Scam ist. Also, die Firma hat Schwierigkeiten und die hat offensichtlich schlechte Kommunikation. Offensichtlich gibt es in der Führungsstruktur Schwierigkeiten und auch technisch scheinbar Schwierigkeiten. Ein Scam bedeutet für mich aber, dass das von vornherein so angelegt ist, dass die unser Geld abziehen wollten. Und das würde meiner Meinung nach, würde das nicht über ein Jahr solide laufen und viele Leute haben ja gute Gewinne gemacht, dann hätten die doch früher Geld abgezogen. Dann hätten die doch das Geld rausgezogen als zu einem früheren Zeitpunkt, bevor sie massiv auch auszahlen mussten an Leute. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Firma kaputt geht, dass die insolvent gehen, dass sie komplett pleite sind und nicht mehr funktionieren. Aber dann ist das, glaube ich, eher darin begründet, dass sie Fehler gemacht haben. Und das kommt nun mal vor. Das ist ein Hochrisiko-Investment, das ist ein Start-up in einem Hochrisikobereich, dass da Fehler passieren und dass da Sachen schief gehen und was nicht funktioniert. Ja, das ist eben so. Damit müssen wir alle leben. Aber ein Scam ist es dadurch notwendigerweise für mich noch nicht. Wir werden sehen, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Ich werde auch versuchen, euch abzudaten. Aber schauen wir einfach mal. Ich kann nur raten, soweit ich überhaupt irgendwas rate, ruhig zu bleiben, abzuwarten, natürlich kein Geld nachzulegen. Geht ja, glaube ich, überhaupt nicht, sowieso nicht. Aber sich da jetzt künstlich aufzuregen und den Puls hochzujagen, bringt nichts. Es tut mir nochmal wirklich sehr leid für alle Leute, die da Geld verloren haben. Ich hoffe, dass die Situation noch positiv ausgeht und dass es vielleicht doch noch läuft. Ich glaube, mit ein bisschen Hoffnung lebt es sich auch schöner. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas diskutieren wollt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei Telegram. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.